...Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal! Heute möchte ich Euch eine Batterie von der Firma Röder vorstellen... ...das wäre die Klühwürmchen. Hochsteigende Silberheuler verwandeln sich zu langstehenden und hell leuchtenden Farbkometen... ...klingt mal sehr sehr spannend was hier drauf steht... ...60 Schuss Kaliber 20 mm, 30 Sekunden Brenndauer und 498 Gramm NEM in der Kategorie F2 eingeordnet... ...und weil sie so schön aussahen vorher auf dem Video wo ich sie gesehen habe... ...habe ich hier zwei Stück davon... ...das heißt sie werden parallel zueinander gezündet... ...und dann schauen wir mal was diese hier leisten können... ...mein Kater darf natürlich mal wieder nicht fehlen... ...der ist immer mit dabei... ...genau, dann würde ich sagen... ...wir zünden die mal parallel zusammen an... ...und schauen mal was sie hier wirklich können... ...ämm... ...ja... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020